Bundesregierung setzt auf E-Auto-Offensive Ziele und Fortschritte, die E-Auto-Offensive der Bundesregierung hat bisher gemischte Ergebnisse erzielt. Während das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 ehrgeizig ist, sind die aktuellen Zahlen noch weit davon entfernt. Bislang sind nur wenige Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs. Was die Infrastruktur betrifft, wurde das Ziel von einer Million Ladepunkten bis 2030 bisher noch nicht erreicht. Es gibt zwar Fortschritte beim Ausbau des Ladenetzes, aber es gibt immer noch Engpässe und Herausforderungen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Kaufprämie für E-Autos wurde zwar verlängert, aber auch gekürzt. Dies hat zu Kritik geführt, da die Kaufprämie ein wichtiger Anreiz für den Umstieg auf Elektroautos ist. Insgesamt lässt sich sagen, dass die E-Auto-Offensive der Bundesregierung noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hat. Es bleibt abzuwarten, ob die gesteckten Ziele bis 2030 erreicht werden können und welche Maßnahmen die Regierung ergreifen wird, um die Elektromobilität in Deutschland weiter voranzutreiben. Vielen Dank.